In dieser Geschichte warten wir auf das Schrecklichste, was es auf Erden gibt. Wir warten auf unser Verderben. Der Held dieser Geschichte ist sprachlos und wartet auf das, was keiner je wollen würde. Er flucht und spricht mit Zorn und Verzweiflung in der Stimme. Ich, du, wir, er, sie, es, ihr. Es spielt keine Rolle. Wir alle sind verdammt, auf ewig hier zu verweilen. Dann sprach ein anderer, auch ziemlich ängstlich. Ja, wir sind zu verdammt, verdammt dazu zu warten und ich hoffe, es erwischt nicht mich. Dann wurde er als nächstes aufgerufen, um in das Kabinett zu gehen. Johnson, Sie sind an der Reihe. Kommen Sie rein. Fuck, 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 nein, ich will nicht, ich will da nicht rein. Doch schließlich musste er reingehen. Nein, nein, Mann, ich will nicht, ich will nicht. Dann wiederholte sich die Stimme und sprach noch lauter, sodass es jeder von den Wartenden verstanden hat. Johnson, Sie sind als nächstes dran, bewegen Sie Ihren Arsch hier rein. Oh, fuck, er wünscht mir Glück, Jungs. Das hier ist die Hölle. Dieses Warten auf das, was passieren wird, ist unerträglich. Wir sind hier auf ewig zu verdammt, auf das, was kommt, zu warten, sagte unser Held, der das vermeidbare Ableben von Johnson miterlebte. Er war sprachlos und sagte nur noch die Worte, das ist die Hölle auf der Erden. Aber worauf warten Sie alle dort? Was ist so beängstigend? Was ist so schlimm an diesem Warten? Das kann ich euch verraten. Sie warten nämlich auf das, was keiner will. Auf einen Job. Auf einen Job, der so abartig ist, dass ihn keiner machen wollen würde. Was ist das für ein Job? Ganz einfach. Ein Job bei McDonalds. Ekelhaft. Ekelhaft. Vielen Dank.